1. Schrauben Sie die Schrauben für den WD-40-Spray. 2. Befestigen Sie die Schrauben für den WD-40-Spray. Använd Nr13. Använd WD-40 aerosol Nr. 17 AUTODOC rekommend nennt. Använd WD-40 aerosol. 3. Entfernen Sie den Befestigungselement. Verwenden Sie einen Stoßdämpfer. 1. Reinigen Sie die Schrauben der Draco biomarkけte. 2. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 3.usalem ... 9. Schrauben Sie die Bremsschein heraus. AUTODOC empfiehlt, wenn Sie einen Ratschenschlüssel bei den Breche festziellen. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 10. Schrauben Sie die Bremsschein am Ratschenschlüssel. 10. Plähen Sie die Bremsschein i. Höhepen Sie die Bremsschein. 11. Ziehen Sie die Sane aus der Bremsschein. AUTODOC empfiehlt, dass Sie herausfordernden sind. 9. Schrauben Sie die Radbolzen fest. 10. Schrauben Sie die Radbolzen fest. AUTODOC empfiehlt ist, dass Sie einmal die Radbolzen feststehrende Befestigungssch�rögel haben. 11. Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie den Bremsschel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. AUTODOC empfiehltete Höre der Kliar Nr. Hd. als Sgt. Verwenden Sie den Bremsschel Nr. H7. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Klinik perreisen. 3. Entfernen Sie die Klettern. 4. Ziehen Sie die Kaffe abh twee oder die Ferne an Benutzen. 1. Ratschläge den F wrapped managers. 2. Reinigen Sie die Fl laterenket banks an. 3. Draugen Sie die Flusskrümpfer. 3. Installieren Sie die Flusskrümpfer. 4. Schrauben Sie die Wattelbefestiger an. 5. Entfernen Sie die Flusskrümpfer. 5. Verstehen Sie die Flusskrümpfer. AUTODOC empfiehlt. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Bis zum nächsten Mal.